Morgen Leute, heute wollte ich euch mal wieder Mod vorstellen und dieses Mal ist es für mich was besonderes, weil es ist mein erster selber geschriebener Mod und ich finde dafür ist er schon recht gut. Der Mod ist Simple Pistons and Slimes, denn ich finde Pistons zu farmen und Slime Balls zu bekommen ist ziemlich schwer und Slime Balls werden zu wenig genutzt, sage ich jetzt mal, nur für Pistons, für Sticky Pistons. Deswegen, ihr geht einfach in den Link in der Beschreibung, kommt auf eine Mediafire Seite, ich mache nochmal einen Forumeintrag fertig, aber als erstes jetzt Mediafire, da geht ihr dann auf Download, ist ganz klein, nur 3kw, also Simple Pistons and Slimes Version 0.7, weil die 6 Versionen davor hatten ein paar Bugs und die habe ich jetzt noch gefixt und für Minecraft 1.2.4. Wird natürlich auch upgedatet, wenn neue Versionen rauskommt. So, ihr braucht für diesen Mod Modloader und den habe ich natürlich auch mal wieder. Also Windows-Taste R, Prozent App Data Prozent. Nein, Punkt Minecraft Bin, Minecraft Jar, 7zip, öffnen. Dieser Mod, den habe ich auch in, okay, gestern hatte ich angefangen, gestern war der 30.3., heute ist der 31.3., ich habe gestern um 4 angefangen, jetzt ist es 2 und heute so um 10 begonnen, also habe etwas dran gesessen. Also als erstes wie immer den Meta-Inf-Ordner löschen, dann können wir die mal minimieren, das brauchen wir auch noch, also Minecraft Modifikation, einfache Mods, Modloader, 7zip, öffnen, falscher Bildschirm, Modloader-Files nehmen, in die Minecraft Jar ziehen, ja. Dann können wir die Minecraft Jar schon mal schließen, Modloader können wir schließen, das können wir noch nicht schließen, dann starten wir Minecraft einmal ganz kurz, einloggen. Damit die Ordnerstruktur vom Modloader gebildet wird, weil die brauchen wir wirklich jetzt bei diesem Mod, gehen wir auf Quiet Game, gehen zu dem Mod, das ist hier, Simple Pistons and Slimes, ja, hier sind noch die Bilder dafür, das ist dann eine Simple Pistons and Slimes, wie ihr den auch habt, ihr nehmt einfach die ZIP-Datei, nicht öffnen und die Minecraft Jar oder so, sondern einfach die ZIP-Datei und dann in Punkt Minecraft hat sich jetzt der Ordner Mods gebildet, da kopiert ihr den einfach rein, schließt das, schließt das, startet Minecraft einmal, lockt euch ein, und ja, Mod ist installiert, wir sehen uns gleich wieder in-game, da zeige ich euch alles, bis dann. So, jetzt wieder für euch da und jetzt in-game, die Items sind alle auf Deutsch, da es mein Mod ist und ich hatte keine Lust, die alle auf Englisch zu übersetzen, also es sind insgesamt drei neue Sachen dazugekommen, drei, mal kurz nachdenken, eins, zwei, drei, vier, fünf neue Sachen sind dazugekommen, ne, sechs sogar, einmal könnt ihr euch in Slime Balls craften, mit vier Enderperlen und einem Schneeball bekommt ihr einen Slime Ball, aus einem Slime Ball könnt ihr zwei halbe Slime Balls machen, das zwei halben übereinander könnt ihr euch wieder einen Slime Ball machen, aus neun halben Slime Balls könnt ihr euch einen Schleimblock machen, aus einem Schleimblock bekommt ihr wieder neun halbe Slime Balls, die Schleimblöcke bringen noch nicht sehr viel, sie sind einfach nur Blöcke, die ihr hinsetzen könnt. Jetzt gibt's ein vereinfachtes Rezept für Pistons, das ist nämlich dann ein Brett, ein Redstone und dann einen Pflasterstein drunter, daraus bekommt ihr einen Piston und wenn ihr einen Piston mit einem halben Schleimboll darüber macht, dann bekommt ihr einen klebrigen Kolben, also einen Sticky Piston. Die Sachen sind so vereinfacht und das finde ich so besser. Was jetzt auch noch geht, er wird zwar implementiert ins Spiel, das ist das Schleimerz, ich wollte es nämlich so machen, ich wollte eigentlich kein Crafting Rezept für Slime Balls machen, sondern eigentlich ein Schleimerz, was man ungefähr so wie Gold, ne, ungefähr so wie Lapslazuli findet und das sollte dann, wenn man es kaputt macht, dann ein Slime Ball droppen, äh ne, sollte dann ganz normal droppen. Das sollte man dann im Ofen brennen können, das geht auch schon, aber man findet es leider noch nicht verteilt in der Welt, weil ich das mit dem World Generator noch nicht so wirklich auf die Reihe bekommen habe. Wenn man das brennt, bekommt man Slime Balls. Jetzt kann ich euch auch zeigen, dass das geht. Ich tue einen Slime Ball rein, bekomme zwei halbe Slime Balls. Aus diesen kann ich mir auch wieder einen ganzen craften. Aber ich wollte mir jetzt nochmal ein paar mehr machen. Dann wollte ich das mal schnell so machen. Daraus bekomme ich dann Schleimblöcke. Die sehen, wenn sie gesetzt sind, so aus. Ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus. Und, ja, die könnt ihr einfach als Dekoration nehmen. Man kann sie ganz schlecht mit der Hand wieder abbauen. Man bekommt sie auch wieder. Und, ich baue die mal kurz alle ab. So. Wenn ich nämlich wieder mein Crafting Feld tue, bekomme ich neun wieder jeweils zurück. Das brennt und ich bekomme Slime Balls raus. Das Schleimherz gibt es bis jetzt nur in Too Many Items. Wie gesagt, ich habe das mit dem World Generator noch nicht auf die Reihe bekommen, dass das auch in Minen verteilt ist. Was ich euch jetzt auch nochmal zeigen wollte, ich nehme ein Schneeball und vier Ender Pearls. Nehme ich mal vier Stück und den Slime Ball in die Mitte. Wenn ihr die so anordnet, bekommt ihr dadurch auch ein Slime Ball. Das, wie gesagt, sollte es das Crafting Rezept eigentlich nicht geben. Das sollte eigentlich alles über dieses Schleimherz gehen. Aber das habe ich nur nicht wirklich auf die Reihe bekommen. Wie gesagt, dass das wirklich spawnt. Also die Vereinfachung mit den Pisten ist jetzt zum Beispiel, dass man aus einem Kolben und einem halben Slime Ball schon mal Stickys bekommt. Und das vereinfachte Pisten Rezept. Sonst ist das alles sonst nur Schleimball, also halbe Slime Balls. Dann kann man wieder das Ganze machen, die Schleimblöcke. Und die Schleimblöcke könnt ihr einfach setzen. Hol' mir nochmal ein paar mehr. Einmal einen unendlichen Stack. Daraus kann man zum Beispiel irgendwie Boden machen. Jetzt wäre ich einfach mal so voll. Und ich finde wirklich, für meinen ersten Mod ist das nicht zu verachten, dass das, ja, nicht wirklich schlecht ist. Ich wollte denen vielleicht nochmal die Eigenschaft geben, dass er ungefähr so wie Soulcent ist. Dass man so ein bisschen langsamer läuft und ein bisschen einsinkt. Aber da muss ich nochmal gucken, wie das geht. Sonst war's das jetzt mit dem Mod? Ich mach das jetzt mal wieder kaputt. Ich mach das jetzt creative. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mod-Tutorial. Ich hoffe, ihr findet den Mod auch gut. Und, ja. Wenn der Minecraft-Forum-Eintrag da ist, hoffe ich natürlich, ihr liked den. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt der Mod. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.